es ist für die tausend aber ich habe wirklich kein bock mir so ein tornado rein zu zwirbeln sogar leer ich muss mal kurz zu meinen wixstüchern ich fand mich gar nicht mal so schlecht ich habe durchgezogen keine halben sachen gemacht das bier ist leer tatsächlich kämpfer aus du bitch besser als der erste ja junger man muss ja auch also je mehr man schluckt desto besser wird man sage ich immer lounge piano haben wir noch mal eine aggressive mit lucy da rein glaube ich auch so schlimm für den kleinen tim in front of wallwindow der aimbot hilft ihm boah digga da habe ich aber don pavlo fast kannst du dich bitte endlich um benennen sind bei den stairs kann ja mal aufhören die ganze zeit zu flashen oder ich habe den dropshot net und spider fuck you geto team mit halte ich gegen team gold bruh nice shot nice shot so ein keck man ich will ihm helfen er sagt fuck you am ende welcome to why he is playing solo und ich weiß wer gemütet wird gute night bro kampf saft der simb kommt direkt kampf saft jungen starke karm fest mal gibt es onlyfans das ist die frage oh digga da hätten meine schüsse aber auch reingehen können habe ich das jetzt bekommen nö you wait to do the food girl glaubst du was inside 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 bathroom inside bathroom sledge and one bathroom window nach digga ach digga ach digga ach das sind einfach gamer digga hör mal rauf hör mal rauf jungen das ist noch kurz los Einer an A Ach Digga, ich hasse dieses Schildplacement Es ist so dumm Ja, wenn du das Schild platzierst, dann sieht man einfach deine komplette rechte Schulter Und dein Schild ist eigentlich Justus und du stirbst jedes Mal Ich muss Osa mehr spielen, Digga Bruder, bitte Kampfkeks, danke Kampfkeks Wie lange er geplantet hat Oh oh Kampfkeks Er ist wohl durch Das ist der Garage Nice Also Nee Nee Kampfhaft wird reported nochmal für Scream Ich hätte gerade fast die DMR genommen bei Twitch Dann habe ich nach rechts gedrückt Dann hatte ich hier Shotgun Und da war noch eine Sekunde auf dem Timer Oh Junge, Junge, Junge Leben am Limbis, sage ich immer Das ist der Hassler-Lifestyle Respektiere ich Mein Chef hat mich gestern oder vorgestern Betrunken was gefragt Ich fand das so witzig Einfach um nachts Um um 1 Hey, gerade im Diskutieren Folgende Situation Du hast 5 Stunden Binge-Watching hinter dir Und wünschst dir, dass dein Leben anders wäre Was ist deine Idee Okay Cooler Chef Meine Antwort Hä? Warst du drunk? Übel, aber trotzdem Übel Meine Antwort Wie halt natürlich Okay, du bist All mein Geld in die Spiele setzen Und gucken, ob ich Glück habe Manchmal gewinnt man Manchmal verliert man Hustler-Lifestyle Hm Was sagst du dazu? Erstmal ein bisschen nach Las Vegas Und einmal spinn, sagst du? Alles auf schwarz Ey Wollett Bin dabei Das war klar Damit kann man Keto auch in den schwarzen Van locken Keto, hier gibt's Freispiele Nee, zurzeit Tatsächlich nicht Warum lügst du? Ja, weil es zurzeit halt einfach nicht so ist Ganz einfach Ist das einfach, weil du miese gemacht hast? Bist du jetzt so? Nein, weil ich Scharktop Abbezahlen muss Man spielt nur mit Geld, dass man über hat Und ich hab kein Geld über Stimmt wohl Ja, Keto ist so ein Gamer, ne? Wop Ich trigger das anders, als du meinen Namen hast Hast du das nicht vorgeschlagen? Ja Aber ich dachte halt, dass es die Gegnern auch Keto mit den ganz vielen Zahnen anzeigt Weißt du, was ich meine? Nein, oder? Nein, oder? Nein Ja, close washing machines, Digger Er liegt da einfach, der Ali B All way Back on Kits, I guess Just plant, lol Plantzimmer Ja Kommt der, komm, badezimmer, madezimmer Oh, bitte Nee, der ist immer noch an Kits Ja Still Kits, dorms On objective door Pushing door Inside, almost Yeah, inside Come to camp Right, set Hallway, hallway, glaube ich Ich bin auch gut, dass die ganze Zeit auf Englisch callen Was für, was für hallway, glaube ich Wolle Nice job Schön, wir nähern uns Diamonds Hi Joost Warum schreibt jemand in mein Chat Hi Joost Warum nicht? Schreib doch Hi Keto, Digger Ich bin noch Keto Joost mit zwei O Okay Slexi, danke für deinen Sub Ich weiß auch nicht GG Ich bin raus jetzt, ne Okay, Kuss auf die Nuss Euch noch Jo, euch noch viel Spaß Und schön streamen noch, ne Danke Er schreibt Hi Joost, hab mir in meinem 16. Jahr Ein Auto geschenkt bekommen Von meinem Patenonkel Ihren Onkel Can Habtüren Held Druze Vielen Dank.